Eine Information zu S3 von Liesing. Ankunft seit 11.58 Uhr. Dieser Zug fährt heute auf Bahnsteig 5 ein. Attention please. S3 von Liesing. Scheduled arrival time 11.58 will arrive at platform 5 today. Eine Information zu S1. Nach Nacheck, Abwärtszeit 12 und 2. Dieser Zug fährt heute auf Bahnsteig 3. Eine Information zu S3 von Liesing. Ankunft seit 11.58 Uhr. Dieser Zug fährt heute auf Bahnsteig 5 ein. Anrufe von Liesing. Ankunft seit 11.58 Uhr. Attention please. S3 von Liesing. Scheduled arrival time 11.58 will arrive at platform 5 today. Bahnsteig 3. S1. Nach Liesing, Abwärtszeit 1. Anrufe von Liesing Untertitelung des ZDF, 2020